Und das andere, Twitter, klar kennt jeder, obwohl ich sagen muss, dass das so für Kommunikation für mich weniger geeignet ist, aber so für Denkschriften. Also wenn man mal einen guten Link findet oder wenn man mal so einfach sich interessiert, wie hat man zu bestimmten Zeiten über bestimmte Themen gedacht, warum und weshalb und vielleicht hat man ja seine Ansicht jetzt geändert, ist Twitter ganz gut, um das mal so in den Raum zu stellen, kriegt dann eventuell nochmal Feedback, kann dann nochmal drüber nachdenken. Es ist so ein ganz guter Spiegel und ja, als Denkschrift geeignet. So und jetzt kommen wir zum Schluss, das Beste zum Schluss. Da gibt es ein ganz neues Netzwerk, das komischerweise sehr vielen Leuten total unbekannt ist. Es nennt sich Wolfram Alpha. Und Wolfram Alpha stammt von einem Mathematiker, der glaube ich in Oxford gewesen ist. Und das Wunderbare an Wolfram Alpha ist einfach, dass es Daten organisiert darstellen kann. Also wirklich alles. Man muss sich am besten mal das Video anschauen, das hier unter dem Link zu finden ist. Denn Wolfram Alpha macht alles von Speise, also von Lebensmittelberechnung, Galerien, über Ländervergleiche, über Internetbenutzer in Deutschland, über alles. Die Gefahr dabei ist natürlich immer so ein bisschen, gerade so bei statistischen und mathematischen Anwendungen, dass die Leute, die es nutzen, die Algorithmen, die dahinter stecken, einfach verlernen und vergessen. Und natürlich müssen die Daten auch stimmen, mit denen das Ding gespickt wird. Zum Glück gibt es dazu mal gleich Quellen an, aber man weiß natürlich nie, ob die stimmen. Aber dennoch, also hier zum Beispiel, wir haben mal ein Seminar gehabt über Afghanistan-Politik und dann einfach mal hier der Vergleich Afghanistan-Irak. Wie ist denn da das Medianalter? Und da sieht man einfach, dass das Medianalter der Afghanen bei 17,6 Jahren liegt. Und dass die Bevölkerung erheblich geringer ist und die Fläche allerdings gar nicht so sehr. Und ja, unglaublich. Also man kriegt dabei einfach viel schneller einen Blick für ziemlich wichtige Tatsachen und ohne dabei jetzt selbst mathematisch groß begabt sein zu müssen. Ja, natürlich muss man sich das selber mal alles anschauen. Ich wollte es jetzt nur mal allgemein vorstellen. Zum Schluss noch was Klassisches in Papier gedruckt. Sehr schön. Von meinem nicht so besonders beliebten Statistikprofessor empfohlen, was allerdings nicht heißen muss, dass die Lehre schlechter wäre. Hier ein wunderbares Buch. Auch auf Englisch. Das ist aber allerdings gar nicht so wichtig, denn die meisten Sachen sind relativ simpel. Aber es zeigt einfach wunderbar, wie man Graphen, also Informationsdaten, optisch und ansprechend darstellen kann, ohne dass sie verzerrende Effekte haben, also Propaganda-Effekte, sondern einfach die Informationen so präsentieren, wie sie in der Wahrheit auch sind. Das ist wunderbar, weil man danach einfach ein bisschen kritischer auf bestimmte Statistiken guckt, die einem in PowerPoint-Zeiten so schnell vor die Nase geworfen werden. Ja, gut, das war es auch. Ich danke allen Leuten, die so lange noch da geblieben sind und hoffe und wünsche viel Spaß bei den Anwendungen und freue mich über Feedback, andere Empfehlungen oder sonstige Dinge, die sich im Internet noch so umtun. Vielen Dank.